Wobei, hier kann ich ja heilen. Okay, warum hat die da hinten nix an? Hm. Sie sagten, dass Sie und Ihre Unterricht haben Maester Keenock gegründet, und verletzten Sie. Wir müssen Sie auf der Seite töten, oder so sagt es. Was für Bevelle? Die Dinge sind auf der Ebene, aber die Gefühle sind turbulent. Nach dem Maester Keenock, Kelk-Ronso hat Yevon verlassen. Geheimnis. Geheimnis wird mit Yevon leichter sein. Aber bitte, meine Freunde. Freunde, ihr seid die Begründung von Yevon genutzt. Ihr solltet die Tempel für den Zeitpunkt geben. Danke, Fr. Zuck, für deine Begründung. Fr, ihr kam hier all den Weg, nur um uns das zu erzählen? Für die Wahrheit, ich war ein bisschen interessiert, um zu sehen... ... die Summoner du hast. Ich hoffe, ihr Pilgrimage geht gut. Für deine Sache, auch. Danke, Vater. Ich muss weg sein. Ich versuche euch allen. Taucht er da mitten in der Pampa auf. Erzählt drei Sätze und haut wieder ab. Okay. Sie ist nicht aufzuhalten, ist sie? Yuna, sie hat ihre Entscheidung gemacht. Aber ich kann nicht nur aufhören. Wir werden nicht. Wir werden uns über die Yuna, selbst wenn sie die Aion finalen. Aber wie? Haha. Ich denke auf eine Art. Was, wenn du nicht kannst? Ich bin schuldig von zu sprechen. Es ist immer nur das, nur das. Aber... Wir denken zusammen. Okay. Okay. Und... Und... Wenn wir nicht denken von etwas, wir finden einen anderen Weg. Haha. Haha. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Hi va! Haha. Genau, motz mal ein bissel rum. Oh krass. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Ja, sollte nicht mehr lange dauern. Oh okay, krass, und wer war der Erste? Wenn mein Vater verloren hat hier auch. Vielleicht, mit meinem alten Mann zu helfen. Vielleicht werde ich zu Herrn Oren fragen. Oren? Das Groucht nie sagt mir nichts. Das ist nichts von deinem Geschäft. Das stimmt. Ich bin am überlegen. Oh, hallo. Willkommen. Items sind wahrscheinlich standardmäßig. Equipment. Zehn Prozent. Ja. Könnte man vielleicht machen. Erfahrung mit Final Fantasy X oder ist dein erstes Mal? Damals, als ich noch jung war. Ja, also als Kind auf der Playstation 1. Da war das noch relativ neu damals, genau. Da habe ich ein bisschen gespielt, genau. Allerdings jetzt nicht so weit, wie ich jetzt hier schon bin. Und ursprünglich bin ich auf die ganze Sache durch den Neuner gekommen. Weil den hatte ich ein bisschen mehr gespielt. Und wollte den auch, aber damals auch nicht durchgespielt. Und das wollte ich unbedingt mal machen. Und ja. Und jetzt geht es halt weiter mit dem Zehner. Und mal gucken. Und die anderen eventuell dann auch im Anschluss. So. Das hat überall Angriff 10 und so. Also Ringen. Das Earlier. Ich gehe wieder raus. Ah, ja. Hä? Zu dem gerade nicht gehen? Stopp, nochmal rein. Ah, doch. Übersehen. Mitteilung von Sid, unserem Chef. Sobald die Reparaturen am Flugschiff abgeschlossen sind, holen wir euch ab. Bis dahin müsst ihr Juna beschützen. Und wehe, ihr versagt dabei. So lautet die Botschaft. Alles klar? Alles klar? Okay. Dann. Der Typ killt mich, wenn ich sie nicht beschütze. Ganz einfach. Hab ich sonst noch irgendwas? Was hier hilft. Ansonsten hau ich die einfach schnell so weg. Ach, da hilft auch Eis am besten. Das noch mal. Wird da ein Zombie? Wobei stimmt das wahrscheinlich direkt. Riku und Rauben. Komm schon, komm schon. Giftkralle. Sauber. Chocoboos, wo seid ihr? Was ist das hier? Okay. Ein Basilisken oder sowas? Oh, die halten sogar ein bisschen was aus. Kann er da was holen? Kann er da was holen? Anscheinend nicht. Ich wollte gerade sagen, greifen die gar nicht an? Oh, du steiIN. Direkt weg. Ja. Ja. so geht gar nichts mal der wartet also ich hab da was gesehen hab da was gesehen ein buch so bei den noch was klauen macht nur halben schaden vielleicht hilft das was kältestein wasserstein wäre da eher was so die machen hier ein bisschen mehr schaden die drei ein buch ist das jetzt das maximalste weil ich habe jetzt schon vorhin irgendwie nur noch gesehen das f fehlt die hunde erstmal weg die 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 sind ja alle voll nice nein oh echt jetzt die 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 the die 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 Das mache ich bei Yuna gleich Und ein paar Schwarzmagie-Zauber In Glück um So, das machen wir jetzt Beigesetzte Techs aktiviert werden Ja, dann kann ich das hier einsetzen Uh, aber Glück Habe ich noch sowas? Scheiße, nein Jetzt einfach andere Sachen raussuchen Haben soll Klauen? Vielleicht auch noch Klauen Macht da nicht ganz so viel Sinn Aber nur bestimmte Sachen anpeilen Weil Alles irgendwie nix Das Feld Oh Ach, andere Techs freischalten Was ich da bloß lohne Keine Ahnung Ich glaube, ich skille ihn mal Was kommt so weiter? Nein Aber bei ihm benutze ich das, denke ich gleich Was hast du hier noch? Ey, vier, fünf, vier, Level 4er Wir jonglieren Hier haben wir noch Sanctus Und hier einfach Nein Benutzen Rück, HP Hier Rauben Nee, braucht die nicht Text nicht, aber Schwarzmagie Direkt auf Feuger und sowas gehen Dann holen wir mal hier ein bisschen Schwarzmagie Feuger Blitzker Gut Fand ich jetzt unnötig Ein gar nix Bio vielleicht Gravitas Was auf jeden Fall Das waren nur die Standardsachen Bio Kann ich nicht rumswitchen So kann ich das angucken Hadesmagie Das ist vielleicht später noch cool Was haben wir sonst noch Und Flair Oder Flare Das wird auch noch ganz gut Naja, Gilraub jetzt nicht so in meinen Augen Schwarz oder Ah Nee, da kommt ja die andere hin Okay So, da haben wir hier ein bisschen Schwarzmagie eingesackt Sehr gut Nein Wir wollen noch mit ihr Weißmagie springt Das brauche ich nicht Das brauche ich nicht Spezial Benutzen könnte vielleicht gut sein für diese Teilitems oder was das? Ahnen Annen war Glaube ich Reflex Wohnen Reizen Packen wir noch das hier drauf Das war auch jetzt unnötig Mann Ich brauche ja das Ding Das Glückzeug Äh Das mal Angucken Äh Das Spezial Das war So, sie könnt ihr ja noch Weißmagie lernen. Analyse, Reflex, Antiz, Vitra, Elbrot. Grat, Grat, könnte gut sein, starke Heilung. Und Sanctus, Reflex, Antiz. Ne, Grat, wie viele Punkte habe ich hier? Ich habe nur eins. Ein einziges. Dann spare ich mir mal das auf.